Hallo 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 Oh, lecker oder? Oh, haben wir das gut Kann man das nicht Datenanträge machen? Weil ich Chef ist nett, da kannst du nicht immer so eine böse Taxen machen Das ist nett Ich mach mal einen Balken vor meine Augen Ja, hier Andreas kommt ja heute Abend So, die Andreas kommt heute Abend und essen nicht gern Nein, die Taxifacker spielen heute Abend Also herz genannt, er holt mich ab